Was geht ab Leute Zane ist wieder da und zwar mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 941. Wie immer präsentiert vom PirateBot. Das Kapitel hat nur 15 Seiten, oh nein schon wieder so ein kleines Kapitel und scheinbar gibt es wohl doch kein Colorspread diesmal, trotz der Ankündigung im letzten Heft. Ruffy ist aber auf dem Cover der Jump in einer Ritterüstung. Schwert und Schild haben den Jolly Roger der Strohubbanda eingraviert. Ja gut schön. Orochi regt sich immer noch über den Tod von Komorazaki auf. Er lernt die Identität des Witching Hourboy und fragt sich warum dieser noch am Leben ist. Und hier kommt meine Megatheorie und zwar die wo ich auch schon in den letzten Videos gesagt habe und zwar denke ich der Witching Hourboy ist niemand anderes als Tonoyasu. Und zwar passt das ganze einfach ziemlich gut zusammen. Wir wissen ja der Witching Hourboy rennt immer in der Nacht umher, klaut von den Reichen und gibt es dann den Armen. So in etwa macht es ja auch Tonoyasu. Ich meine wir haben im letzten Kapitel gelernt, dass er zwar sein eigenes Geld ausgibt, aber es könnte doch immer noch gut sein, dass er auch immer noch in der Nacht unterwegs ist, den Reichen das Geld anknöpft und eben seinem Dorf weiterhin hilft. Auch wenn er schon sein ganzes Geld natürlich verbraten hat dafür. Und das würde auch einfach immer noch zu dem passen, dass ich denke, dass Orochi und Tonoyasu miteinander verwandt sind. Denn wie gesagt, diese äußere Ähnlichkeit, sei es der Körperbau, beide sind so recht klein mit einem riesengroßen Kopf und auch das Gesicht sieht relativ ähnlich aus. Ich denke wirklich, dass diese zwei miteinander verwandt sind. Und Orochi denkt sich halt, what the fuck, warum ist mein Bruder immer noch am Leben? Ich habe ihn doch damals abgemurkst. Möglicherweise war Orochi auch damals so eine arme Sau. Hm, hat sich in irgendeiner Form aber hochgearbeitet. Dafür musste er aber möglicherweise seinen Bruder töten. Wir wissen das nicht ganz genau, aber Kaido hat vielleicht manchmal so gewisse Arten Leute aufzunehmen. Hey, zeig mir deine Treue, töte deinen Bruder und du darfst dabei sein. Schauen wir mal. Dann noch der zweite Part des Spoilers und zwar Zoro wacht auf und hat Kumurasaki Schrägstrich Hiyori auf seiner Brust liegen. Oh, Brooke entdeckt das und seine arme Seele fühlt sich angegriffen. Oh Mann. Na ja, gut. Okay, immerhin haben wir schon mal die Tatsache, dass Brooke auf Zorro trifft. Hey, so langsam kommt die Strohbande wieder zusammen. Und Brooke sieht natürlich, dass Kumurasaki auf Zorro liegt. Oh, 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 oh. Ich glaube, das schreit die ganzen Leute wieder auf, die sagen Zorro x Hiyori. Oh Gott, das könnte so am Ende von One Piece so sein, wie man dann Zorro sieht und Hiyori sieht, beide auf Wano Kuni und oh, oh, oh. Äh, wo ist mein Sake? Hm, na ja, gut. Aber Brooke fühlt sich wirklich angegriffen. Ich frage mich halt, wieso? Ich meine, Klaro, Brooke ist einer, der gerne Höschen sieht. Also, er ist einfach eine perverse Sau. Und da, ja, möglicherweise denkt er sich vielleicht so, ey, selbst Zorro kriegt eine ab. Selbst Zorro darf Höschen sehen. Oh Mann, wo ist die Welt nur hin? Ich will wieder in meine alte Ära. Hm, wenn er sich natürlich persönlich angegriffen fühlen würde, das wäre irgendwie seltsam. Ich meine, ich wüsste weder hierfür einen Grund warum, noch könnte, obwohl, Brooke, denn, ja, das ist 40 Jahre her, Hiyori ist 28, nee. Okay, die können sich noch nie begegnet sein. Ich meine, vielleicht, egal. Das erzähle ich jetzt in keinem Video. Naja, ähm, und zwar schreibt das PirateBot hier noch eine kleine Info hin. Und zwar, wir haben eine Doppelausgabe. Also, nach diesem Heft wäre erst einmal Pause. Allerdings kann es natürlich passieren, dass Spoiler zu Kapitel 942 bereits eher erscheinen. Also, möglicherweise nächste Woche Pause. Dennoch könnte es sein, dass wir die Spoiler recht früh kriegen, das Kapitel aber letzten Endes ziemlich spät rauskommt. Es hört sich jetzt nicht nach einem, ja, mega super spannenden Kapitel an, aber vielleicht kriegen wir endlich ein bisschen mehr über Tono Yasuo heraus und die Story schreitet einfach ein bisschen voran. Und wir haben wohl mit dem nächsten Kapitel ein bisschen Fanservice für all die Leute da draußen, die Zorro X Iori abfeiern. Ich gehöre da nicht dazu. Ich meine, ich glaube es zwar auch, aber... Hm, nicht so viele Romance in One Piece, please. Naja gut, das waren auf jeden Fall erstmal die Spoiler zu One Piece Kapitel 941. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja Bescheid. Daumen nach oben, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, wird es endlich mal Zeit, einmal auf den Abonnieren-Button klicken, dass dieser rote Knopf auf dem Abonnieren steht, ganz am Anfang auf der Startseite von Facefall TV. Und wenn ihr mich mal beim Zocken sehen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel auch beim Mixer, wobei ich auf Mixer nicht so oft streame, wie auf Twitch bzw. YouTube Gaming. Aber hin und wieder wird auch dort mal was kommen. Deswegen freue ich mich, wenn auch die Xbox-Besitzer einfach mal vorbeischauen. Bis zum nächsten Video, das wahrscheinlich morgen kommen wird, denn morgen wird das Kapitel rauskommen, das heißt wieder Review Time. Wünsche ich euch wie immer viel Spaß, genießt das Wetter draußen und haut rein. Ciao! Ciao!